Ich lerne Deutsch. Nummer 5175 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Soll ich heute die weiße Hose anziehen oder lieber etwas anderes? Soll ich heute die weiße Hose anziehen oder lieber etwas anderes? Jetzt müssen wir uns endlich entscheiden, wie wir handeln wollen, um unser Ziel zu erreichen. Jetzt müssen wir uns endlich entscheiden, wie wir handeln wollen, um unser Ziel zu erreichen. Jetzt müssen wir uns endlich entscheiden, wie wir handeln wollen, um unser Ziel zu erreichen. Ich habe hier schon so viel gesehen und versuche, den Überblick zu behalten. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt und finden gemeinsam eine Lösung. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt und finden gemeinsam eine Lösung. Ich bin Lehrerin geworden, weil es mir Spaß macht, jungen Menschen etwas beizubringen Ich bin Lehrerin geworden, weil es mir Spaß macht, jungen Menschen etwas beizubringen und zu sehen, wie sie sich positiv entwickeln. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Die Höhe des Gehalts eines Prokuristen hängt von seiner Erfahrung und Qualifikation ab. So putzt du deine Zähne richtig. Ich kenne die Antwort auf diese Frage und möchte sie allen mitteilen. Ein Junge mit Rucksack lehnt am Brückengeländer und blickt hinunter ins Tal. Ein Junge mit Rucksack lehnt am Brückengeländer und blickt hinunter ins Tal. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ja, wir können die Hüte aus dem Kuckack lehnt. Bis zum nächsten Mal. Hier können wir die Hüte aus dem Kuckack lehnt. Ich schätze die Hüte aus dem Kuckack lehnt. Vielen Dank.